Paul bekommt ein Gespräch seiner Eltern mit. Mama überlegt sich, wegen ihrer Rückenschmerzen zum Osteopathen zu gehen. Paul erschrickt. Ist das was Schlimmes? Ganz im Gegenteil. Heike war mit ihren Rückenschmerzen ja bereits beim Arzt. Der hat sie untersucht und ihr eine Spritze dorthin gegeben, wo es ihr wehtut. Damit ist die Ursache der Schmerzen aber nicht beseitigt. Ein Osteopath tastet den ganzen Körper nach versteckten Blockaden ab. Die findet er oft weit entfernt von den Symptomen. Aber, weiß Michael, Osteopathie ist Alternativmedizin. Also muss man es selbst bezahlen. Nicht bei der BIC. Die übernimmt vier Behandlungen jährlich mit jeweils bis zu 40 Euro. Insgesamt 160 Euro pro Jahr. Schon in der ersten Sitzung findet der Osteopath eine versteckte Blockade. Aber nicht im schmerzenden Rücken, sondern im Bauch. Einen Muskel stahlhart und viel zu kurz. Übertrainiert beim Rudern. Der Osteopath dehnt den Muskel und zeigt Heike, wie sie ihn zu Hause selbst dehnen kann. Und schon verschwinden Stück für Stück Heikes Rückenschmerzen. Dank einer modernen, manuellen Behandlungstechnik. Dank einer modernen, manuellen Behandlungstechnik. Und nun bis dahin. Vielen Dank.